Alles klar. Guten Tag, herzlich willkommen Freunde des gepflegten Wortwitzes. Wir sind heute hier in Köln im Studio schon wieder bei Dr. Knarff. Guten Tag. Guten Tag, freut mich, dass ihr seid. Ja, wir freuen uns auch. Grund unseres Besuches ist dein Auftritt bei VOX, bei dem Projekt Cover My Song, wo du mit Ingrid Peters unterwegs bist. Wie ist es dazu gekommen? Das ist eigentlich alles relativ schnell und zufällig passiert. Ich habe Daniel letztes Jahr kennengelernt bei einem Fotoshooting für Nike, was ein Freund von mir gemacht hat. Und dann hat er mich dieses Jahr relativ kurz auch vor der Produktion des Ganzen angerufen und mir von der Sache erzählt. Und ich fand das ganz interessant und dachte aber auf den ersten Blick, das wäre so eine cheesy, bisschen trashige Geschichte. Und dann habe ich halt von der Produktionsfirma einen Link von einer der Originalsendungen aus Holland, das ist ja ein original holländisches Format, zugeschickt bekommen. Und dann fand ich das eigentlich ganz flashy. Also hat Daniel quasi die Rapper ausgesucht? Genau. Daniel hat die Rapper ausgesucht. Wer da jetzt noch genau in seinem Umfeld noch mit eine Rolle gespielt hat, weiß ich nicht genau. Ich habe auf jeden Fall mit ihm gesprochen. Und weil er mir halt auch von Anfang an versichert hat, dass er da auch ein bisschen mehr zu sagen hat. Und das im Endeffekt also nicht so eine Stefan-Raab-Geschichte wird, wo am Ende die Leute so als komplette Idioten dastehen oder man sich auf Kosten von den Schwächen irgendwelcher Leute amüsiert. Und das fand ich cool auf jeden Fall. Und wie gesagt, dieses holländische Format, diese eine Sendung hat mich gleich überzeugt, weil das, finde ich, eine positive, kreative Sache ist. Wie ist das in Holland ausgegangen? In Holland ist die Sendung, also das Format auf jeden Fall super erfolgreich gelaufen. Und ja, weiß ich nicht, haben irgendwelche Preise abgeräumt und so weiter. Also es ist ziemlich positiv angekommen. Aber ich war halt so ein bisschen kritisch, weil ich schätze die Gesellschaft in Deutschland schon ziemlich anders ein als in Holland. Dann ist es soweit gekommen. Wann habt ihr das aufgenommen ungefähr? Wir haben die Sachen jetzt in den letzten vier Wochen gefilmt. Also ja, insgesamt waren es drei Drehtage. Und das Finale dann mit den Beethovens, als wir dann auch den Track in Berlin produziert haben und uns dann gegenseitig die Songs vorgespielt haben, das war dann nochmal so ungefähr zehn Tage abgerückt von den anderen Terminen. Du hast dann also von dem Format vorher gehört, hast mit Daniel gesprochen. Du wurdest dann quasi engagiert. Den Verlauf der Sendung hat man ja jetzt quasi gesehen bei Vox. Aber wie war das für dich, als du die Ingrid Peters dann kennengelernt hast? Vorher irgendwie so ein bisschen Schiss gehabt oder auch so Vorurteile? Ja, auf jeden Fall. Tappt man sich schon dabei, dass man selber teilweise Vorurteile aufbaut. Vor allen Dingen, als wir die Jungs um die Produktionscrew herum dann erzählt haben, auch in was für Lebensumständen sie halt lebt. In so einem Dreistückenhaus und unten ist hier Ex-Mann und Manager. Und oben wohnt sie halt mit ihren jungen Lover, so mit ihrem neuen Typen halt zusammen. Und die waren natürlich auch die ganze Zeit dabei, wenn wir gedreht haben. Die klassische Patchwork-Family. Ja, genau, auf jeden Fall. Nur ohne Kids. Doch, ein Kind haben sie, aber der ist auch nicht mehr zu Hause. Ist auch egal. Auf jeden Fall war das dann schon so ein bisschen komisch halt. Natürlich macht man sich seine Gedanken, hat selber auch auf jeden Fall Vorurteile, dadurch, dass man wegen solcher Konstellationen die Menschen dann schnell in irgendeine Schublade reinsteckt. Dann haben wir uns da getroffen. Am Anfang war sie so ein bisschen distanziert und so ziemlich professionell auf jeden Fall. Aber dann haben wir uns super verstanden. Und ich dachte auch, dass diese Grenzen, die ich mir selber im Kopf aufgebaut habe, nur von mir selber im Endeffekt gemacht wurden. Weil denen geht es allen gut. Das sind ganz nette Menschen. Die haben mehr als 35 Jahre im Showbusiness verbracht. Konnten auf jeden Fall jede Menge witzige Anekdoten erzählen. Ich denke, auch Leute, von denen man lernen kann im Endeffekt. Auch wenn die Musik eine ganz andere Sache ist. Aber sie hat über 900 Fernsehsendungen gemacht. Alleine ihr professionelles Verhalten vor der Kamera und so weiter. Also das ist auf jeden Fall schon, da hat man wie gesagt die Professionalität einfach deutlich gemerkt. Konntest du da für dich dann auch irgendwas von rausziehen? Also vielleicht, weiß ich nicht, was abgucken oder so, wie man mit der Kamera besser umgeht oder irgendwie sowas? Ja, also im Nachhinein vielleicht schon. Also wo ich mir dann nochmal diesen ganzen Ablauf nochmal vor Augen geführt habe. Aber im Grunde genommen fand ich es eher witzig, diese kleinen Tricks, die man sich halt zurechtlegt, um bestimmte Alltagssituationen zu meistern. Und sie ist halt da halt voll drin. Ich meine 35 Jahre, die meisten Rapper machen, das sind nicht 35 Jahre im Geschäft, machen ihren Job noch nicht so lange. Und ihr Ex-Mann hat dann auch erzählt, dass 120.000 Kilometer im Jahr auf der Straße, 120.000 Straßenkilometer sind keine Seltenheit. Und das fand ich schon richtig heftig, weil, also frag mal Leute, frag mal Pendler, wenn die 20.000, 40.000 Kilometer fahren, das ist schon heftig, das ist schon echt viel, 120.000 Kilometer. Aber er war richtig gut drauf. Er meinte auch, ja, ach ist doch das Beste, wenn man nach dem Auftritt dann im eigenen Bett schlafen kann. Und ja, der M6 vor meiner Tür, der macht schon so 320, sagt er und so. Und nachts wurde er auch noch nicht geblitzt auf den Autobahnen und so. Also voll sympathische Leute. Sie hat dann von dir acht Takte neu interpretiert. Über acht Takte hatten wir in unserem letzten großen Interview ja auch mal gesprochen. Ist ja auch ein relativ persönlicher Track von dir. Wie kam das, dass du den Track freigegeben hast dafür? Ich wollte halt im Endeffekt was nehmen, was auf jeden Fall hervorsticht, inhaltlich und musikalisch. Und ich wollte auch eine Nummer nehmen, die hundertprozentig von mir kommt halt, die ich halt auch komponiert habe. Und ich dachte auch, dass es da gewisserweise genug Angriffsfläche gibt, um das als Schlager zu transformieren. Weil es halt wie gesagt eine sehr gefühlvolle Sache ist, eine sehr persönliche Sache. Und dann habe ich halt gehofft, dass sie durch den Schlager schafft, meine subjektiven Emotionen in einer ganzen breiten Masse zugänglich zu machen. Und ich finde, das hat sie auch super geschafft, auf jeden Fall. Sie war total süß, sie war total aufgeregt vor ihrer Performance. Aber richtig super. Also mir hat der Track gut gefallen, den sie gemacht hat daraus. Du warst, höre ich daraus, vor deiner Performance, vor ihr dann nicht so angespannt? Doch, klar, auf jeden Fall. Aber natürlich wollte ich es ja auch gut machen. Und mit der Talkbox-Geschichte und so weiter haben wir dann auch das Live alles in die Performance eingebracht und so. Und ich wollte halt auch nicht mit Text dastehen und performen. Ich wollte es schon auswendig machen. Aber hat ja alles funktioniert. Was waren denn so die wichtigsten Elemente, die du von ihrem Track rausziehen konntest, um halt deine Version zu machen? Du hast ja jetzt nicht von der Nachbarin gesprochen, die du bittest, dass die mal kurz rüberkommt. Ja, klar. Ich habe das Ganze halt inhaltlich erstmal ein bisschen transformiert und das alles in so einen Club-Kontext gebracht. Weil ich dachte jetzt, wenn ich es jetzt eins zu eins übernehme und jetzt quasi mich mit einem Freund von mir treffe, weil ich verliebt bin in ein Mädchen und dann mit meinem Freund darüber rede, wie verliebt ich bin und dass ich von ihm Tipps haben möchte und so. Ich dachte, das kommt vielleicht nicht unbedingt so glaubwürdig rüber. Und dann dachte ich halt, ich halte mich in erster Linie an dieser catchigen Hookline-Phrase, dieses Komm-noch-mal-rüber-Fest. Weil das ist was, wenn ich Leuten das Original gezeigt habe, in der Zeit, wo wir den Track produzieren sollten, dann ist es so ein Merkmal gewesen, was sofort bei denen hängen geblieben ist auf jeden Fall. Und darauf haben wir uns dann auch bezogen. Musikalisch uns aber trotzdem entfernt so von dem Original, weil das so mit den ganzen Du-Akkorden und so nicht so super Hip-Hop-typisch oder so passend wäre. Dann würde mich noch interessieren, wie war die Produktionsphase mit Danio und mit dem Beethovens, weil du ja selber auch produzierst und so. Die war cool auf jeden Fall. Wir haben zwei Tage, ziemlich lange, 12, 13 Stunden bei denen im Studio gearbeitet. War aber auf jeden Fall eine gute Atmosphäre, finde ich. War eine positive Atmosphäre, kreative Atmosphäre. Dadurch auch, dass wir die Talkbox reingebracht haben, noch ein bisschen was Spezielleres. Ich habe mich halt gefreut, dass Danio halt auch gerappt hat auf dem Track, weil ich hatte mich vorher mit Smallface ein bisschen abgesprochen, sodass wir ihn wieder zum Rappen bringen wollen. Dann hat er auch noch seine acht Bars gedroppt. Das fand ich auch geil, weil ich meine, was man jetzt, man kann über die Beginner sagen, was man will. So als ich 10, 12 Jahre alt war, so habe ich den Kram gehört und dann kannte ich jeden Track von denen. Also ich finde, die haben auf jeden Fall, wie gesagt, ob man sie liebt oder hasst, Deutschrap ganz signifikant beeinflusst. Wenn es sie nicht gegeben hätte, wäre vieles anders gewesen. Und das fand ich dann, war dann ein witziges Erlebnis irgendwie, so mit jemandem, den du schon irgendwie dein halbes Leben lang kennst, dann auf einmal einen Track zu machen. Fand ich cool auf jeden Fall. Und er ist ja auch ein korrekter Typ einfach. Die sollen ja jetzt auch wieder arbeiten. Also sollen wieder... Mach ein neues Album, ja. Mach ein neues Album, hat er gesagt. Was passiert jetzt mit dem Track? Der Track wird, glaube ich, erstmal als kostenpflichtiges Download released. Und dann steht noch der Gedanke von so einem Sampler im Raum. Aber ich denke, da werden die Herrschaften erstmal abwarten, wie kommerziell sich das alles verwerten lässt. Wer steht denn konzernmäßig hinter dem ganzen Musikding? Also es wird dann ja auch vertrieben. Also das kann ich nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, aber die ganze Filmproduktion macht Sony Pictures. Ich meine, es würde jetzt naheliegen, wenn die auch das Label machen, oder den Musikvertrieb, aber keine Ahnung, wer das macht. Weiß ich nicht. Du bist ja auch immer wieder fleißig, auch neben Vox-Produktion. Kann man da vielleicht irgendwelche Kontakte dann nutzen für ein kommendes Album? Für das Album jetzt erstmal nicht, aber weil da schon eigentlich alles in trockenen Tüchern ist, was jetzt passieren wird. Aber was darüber hinaus geht vielleicht schon. Also ich habe schon einige Kontakte da gemacht. Der Jan Pelau, der Gitarrist, der noch auf dem Track gespielt hat, ist auch auf jeden Fall ein super Musiker, mit dem habe ich mich auch super verstanden. Die Beethovens, sowieso korrekte Jungs, die hatte ich vor ein paar Jahren schon kennengelernt. Und ja, werden wir mal sehen, was sich da für die Zukunft ergibt. Aber die Sache an sich hat halt einfach Spaß gemacht. Ich erhoffe mir da jetzt auch nichts großartig von jetzt für meine Karriere, weißt du? Aber es hat auf jeden Fall, war es eine witzige Erfahrung. Und es ist ja auch mal wieder, wie gesagt, also für mich selber hat das mal wieder so ein bisschen die Scheuklappen gelüftet. Weil ich dachte echt, diese ganzen Grenzen, die man sich macht, baut man sich nur selber auf. Weil Schlager hat genauso seine Daseinsberechtigung in meinen Augen, halt echt wie Hip-Hop. Wir haben ja eben auch schon kurz darüber gesprochen, wenn Leute halt in ihrem ganzen Leben nur Abfuck haben und halt nur buckeln und sich klein machen und weiß ja nicht, die die meiste Zeit ihre Probleme schlucken müssen, dann ist es doch klar, dass sie in ihrer Freizeit nicht unbedingt so melancholische Mucke sich reinziehen wollen, die sie noch weiter runterzieht, sondern einfach was, was sie mal abschalten lässt. Und das ist ja im Endeffekt nichts anderes als Schlager. Gute Laune-Musik. Auch wenn es um vielleicht teilweise melancholische Themen geht, am Ende muss ein Happy End sein. Das sind auch so ein paar Sachen, das fand ich ganz interessant bei Ingrid, die sie mir dann erklärt hat, wo sie dann meinte, also so mit den Texten, die du schreibst, kannst du keine Schlager-Hits machen. Und dann hat sie mir gesagt, ich zeig dir mal, worauf du achten musst, wenn du wirklich einen guten Schlager machen willst. Und das fand ich auch mal wieder geil, einfach sich in die andere Position rein zu versetzen. Also in die Position von denen, wenn die Songs schreiben, ist eine ganz andere Herangehensweise, als wenn ich jetzt einfach meinen ganzen Abfuck rauslasse quasi und den Leuten zumute, dass sie dann damit umgehen. So, das ist ja auch im Endeffekt eine ziemlich egoistische Sache, so von einem selber. Dass man halt einfach, ja okay, es geht einem gerade schlecht und dann lässt man es halt raus. Im Endeffekt dieser therapeutische Nutzen auf eine gewisse Art und Weise, denke ich auch. Aber in erster Linie zwingt man ja den Zuhörer, dann sich mit den Problemen auch auseinanderzusetzen. Also es ist beim Schlager so, würde ich mir jetzt denken, dass da im Endeffekt was Positives stehen muss. Also anstatt den Bus des Vertrauensbruchs nehme ich an der Endstation halt. Da muss die Endstation dann irgendwie die große Liebe sein. Genau, ja auf jeden Fall. Da muss ein Happy End sein. Ja, hast du dann da auch irgendwie versucht umzusetzen? Wobei du hast ja keinen Schlager gemacht, du hast es ja für dich neu interpretiert und eher so ein bisschen Clubbanger-mäßig da gemacht. Ja, genau. Also ich denke, die Nummer ist schon ziemlich kommerziell, aber ich denke, es ist was Spezielles. Und ich habe auch das Gefühl gehabt während der Session und am Ende, dass alle irgendwie was Positives mitgenommen haben. Weil auch die Session und wie wir an dem Song und an den Arrangements gearbeitet haben, wie gesagt, weil ich auch selber produziere und Musikinstrumente spiele und so, war halt denke ich eine andere, als wenn man jetzt so ein vorgefertigtes Schema F hat und dann da einfach dann seine Vocals reinfüllt. Ja, dann würde mich abschließend noch quasi interessieren, wo geht es jetzt hin? Also wie weit bist du mit dem Album und wie sieht es da so aus? Album ist komplett fertig. Das kommt jetzt wahrscheinlich im November, frühestens im Oktober, aber wahrscheinlich kommt es im November. Ich will jetzt noch nicht hundertprozentig alles jetzt auf den Tisch legen, aber das Album kommt definitiv dieses Jahr raus. Da haben wir uns nur noch, was den Vertriebsweg angeht, ein paar andere Gedanken gemacht, als wir eigentlich ursprünglich, also sind wir andere Wege gegangen, als wir ursprünglich gehen wollten. Und außerdem gehe ich auf Tour mit den Rough Packs. Das ist eine Jazz-Trio aus Österreich und aus New York. Das geht los am 28. 28. geht es los in Hamburg oder Berlin. Ich weiß noch nicht ganz sicher. Wir sind in Österreich, in Deutschland und checkt das auf jeden Fall ab. Sollte bestimmt auch ein Termin dabei sein, der auf eure Stadt passt und der euch interessieren könnte. Wer ist auf Tour dann von dir mit dabei? Machst du eine reine Soloshow dann? Also die Rough Packs, die sind halt quasi nicht meine Backing-Band, sondern die sind eine eigenständige Band. Die machen halt selber Mucke. Und ich bin dann quasi der Gast, mit dem sie auf Tour sind, der Vocal-Gast. Ich bin halt der Einzige, der dann halt seine Performance macht und die spielen dann natürlich auch meine Tracks und so weiter. Aber die haben auch ihr eigenes Showcase. Also ihr spielt zusammen. Es ist kein Rough Packs-Spiel in der Runde und du spielst irgendwie eine Runde dein Solo-Ding, sondern ihr macht das Ding zusammen. Doch, das machen wir auch. Also die haben schon ihren eigenen Show-Teil und danach kommt meine Show quasi. Wie gesagt, weil die sind halt, die sind eigentlich eine reine Instrumentalgruppe, sind halt Jazzer. Super hervorragende Musiker, super Leute. Hört sich doch sehr interessant an. Was sich auch interessant anhören könnte, wäre das HipHop.de A Cappella, was wir noch rausballern. Was gibt es denn da noch Fieses sozusagen oder spricht es für sich? Ich denke, das spricht für sich auf jeden Fall. Ich war ja motiviert und habe kurzfristig noch was Neues gemacht auf jeden Fall, als du mir Bescheid gesagt hast, mich eingeladen hast. Und ja, es ist was Spezielles, nur für euch und für euch. Lasst euch überraschen, lohnt sich auf jeden Fall. Ich danke dir für das kurze, knappe und sehr nette Gespräch. Danke für die Einladung. Sehr gern. Und dann würde ich sagen, bis bald. Euch vielen Dank fürs Reinklicken und A Cappella jetzt auschecken. Peace.